Und das ist eine Lehre, über die du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, dass wir die ganze Erde erben werden. Dass wir tatsächlich auf die Erde zurückkehren und auf der Erde herrschen und regieren werden mit Christus. Und das wird vielleicht abgetan als irgendwie Lehre von den Zeugen Jehovas. Aber das stimmt nicht, denn was die Zeugen Jehovas lehren ist, dass nur die 144.000 in den Himmel kommen. Und das ist nicht, was die Bibel sagt, richtig? Wir werden alle in den Himmel kommen. Weil die Bibel eindeutig lehrt in 1. Thessalonischer Kapitel 4, dass eben die Entschlafenen in Christus auferweckt werden. Und dann werden wir mit ihnen zusammen entrückt. Es werden also alle Christen bis zu dem Zeitpunkt entrückt in den Himmel. Es kommen natürlich alle Menschen in den Himmel, aber an jeder Irrlehre, ob das von den Zeugen Jehovas ist oder von der katholischen Kirche, ist natürlich irgendwie ein Funke Wahrheit dran. Ja, wir werden auf die Erde zurückkehren. Das, was die Bibel lehrt. Und viele Christen haben, glaube ich, die falsche Vorstellung, dass die Erde ganz einfach aufhört zu existieren. Aber das ist nicht wahr. Denn ihr müsst das nicht aufschlagen in Prediger Kapitel 1, Vers 4. Da heißt es, ein Geschlecht geht und ein anderes Geschlecht kommt. Die Erde aber bleibt ewiglich. Frage, wie lange bleibt die Erde? Die Erde bleibt ewiglich. Das ist die Antwort der Bibel. Auf der anderen Seite haben wir auch Verse, wo es dann heißt, dass die Erde vergehen wird. Ja, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Denn wir haben diese Aussagen in der Bibel. Aber was damit gemeint ist, dass die Erde in diesem heutigen Zustand, wie sie ist, mit ihrer Gottlosigkeit, mit all der Ungerechtigkeit, dass sie in diesem heutigen Zustand vergehen wird. Aber sie wird nicht komplett aufhören zu existieren. Das heißt, der Planet Erde wird nicht aufhören zu existieren. Und Gott wird dann eine neue Erde schaffen. Aber das wird eben keine komplett neue Erde sein, sondern sie wird neu sein, weil sie eben komplett anders sein wird als der vorherige Zustand der Erde. Er wird die Erde verwandeln. Und dann heißt es eben im Petrusbrief, das ist 2. Petrus 3, Vers 13, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Diese Erde bleibt für immer. Aber sie wird eben verwandelt werden. Genauso wie wir verwandelt werden. Wir werden einen neuen Körper bekommen. Aber es wird kein komplett anderer Körper sein, sondern es wird ein umgestalteter, verwandelter Körper sein, der nicht mehr sterben kann. Offenbarung 21, Vers 7, ihr müsst das nicht aufschlagen, da heißt es, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein, der wird mein Sohn sein. Wie viel werden wir erben? Und das ist eine wunderbare Lehre, mit der du dich beschäftigen solltest. Ich meine, die meisten Christen haben das nicht auf dem Schirm. Wir werden alles erben. Wir werden die ganze Erde erben als Christen. Wir lesen auch, dass die Heiligen die Welt richten werden. Die ganze Welt. Und deswegen sage ich eben, dass wir alles, was wir hier durchmachen, ganz einfach ertragen sollten. Es wird vorbei sein. Ja, es wird alles vorbeigehen. Was interessiert dich das? Regierungen werden korrupt sein. Gottlos werden Gottlos sein. Ungerechte werden ungerecht sein. Lass sie doch ungerecht sein. Du wirst sie nicht ändern können. Willst du die Welt verbessern, dann gehe Seelen gewinnen. Aber du wirst dadurch eben nicht die ganze Welt verbessern. Du wirst nur Mensch für Mensch, jeden einzelnen Menschen, verbessern können. Ich meine, nicht jeden einzelnen Menschen, aber eben einzelnen Menschen, Mensch für Mensch, wirst du verbessern können. Indem du sie rettest. Aber es wird sich nicht jeder retten lassen. Die wenigsten werden sich retten lassen. Deswegen wird die Welt immer gottlos bleiben. Aber wir werden das Land erben. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und wir werden das Land erben.